und damit willkommen zurück zu luigi's mansion 3 ja wir haben einen neuen knopf für einen neuen ich meine wir können jetzt in den dritten stock ich habe komplett vergessen dass der schon eingesetzt war naja dann halt warten bis wir da oben sind ja immer noch auf der suche unseren freunden mittlerweile mit luigi jo der dritte stock ok luigi nur mut nur mut es sieht aus als es gäbe hier eine art kaffee ok luigi erstmal beiseite wir gucken mal was gibt es hier wunderschönes ja die vergnügungsabteilung würde ich es mal nennen kommen wir hier ein ok wir brauchen schlüssel kurz zu wissen nette bilder übrigens und kein klo zumindest für die damen tja ich als privilegierter mann kann natürlich scheißen wann ich will so hören wir uns erst mal was auch immer da drin ist ok dann halt nicht ok dann eben so zack ganz lustig wenn sowas klappt ich sehe da schon da ist was wo fluigi rein kann aber ich möchte erstmal versuchen mit unserem wunderbaren pümpel hier die tür aufzureißen oh mein gott eine geistertrappe da kann ich die einsaugen ja nicht die spielung betätigen aber da kommt geld raus kann ich das klopapier nö gut so dann sagen wir auch mal diese tür hier kaputt und tatatata der schlüssel den nehmen wir schon mal ganz elegant an uns ist hier noch was drinnen nö ok na dann fluigi alles klar ich verstehe ich verstehe ähm voilà krise wenn ich hier das wasser betätige ok wir kommen ich würde sagen wir werden erstmal wieder zu louis kommen wir mittlerweile hier durch scheiß rotes absperrband dings ok kann ich auch nicht wegwerfen kann ich dann pümpel gegen nö ok das gucken wir uns später an warte ich würde gerne noch mal kurz in diese wunderbare ecke am mülleimer saugen ok gib geld äh telefon telefon ja falsch verbunden gut ähm da geht es auf jeden fall glaube ich weiter aber das dauert noch ein bisschen bis wir darüber können wir gehen erstmal hier durch haben wir jetzt den schlüssel hab ich gesagt überspringen das jetzt immer na egal einmal durch die drehtür oh dat gibt nen drehwurm dat gibt nen drehwurm ok weiter so herzen ich verstehe hier gibt es nen sex shop und nen fetten wachmann wie ist nun mal der kaufhauskorb all blood oh mein gott es ist paul ich mochte ich mag der kaufhauskorb ist wirklich ein guter film hab den zweiten im kino gesehen der erste war meine zeitlang mein lieblingsfilm tatsächlich oh mein gott seine ermittlungen führen eben zum süßigkeinautomaten und da ist ne maus tja loser sag ich mal an der stelle äh kann ich da klopapier oder so klauen nö ok hier gibt es auch ein paar bier sehr schön sehr schön sehr schön aber jetzt erstmal äh da fällt mir übrigens grad ein das ist der zweite part der heute an halloween kommt wuuu ich weiß noch nicht wann der halloween stream läuft vielleicht läuft er schon oder ist schon vorbei halloween stream brrrr kann ich da reingucken kann ich spannen ok der hat nen weiteren aufzugknopf stecken wir mal ein und wow kommen wir da rein ne schade naja dann kommen wir wenigstens ok der ist kein stern der ist ein ähm äh wie heißt das nochmal beim kartenspielen karo ein karo symbol ok ah hier haben wir das peak sehr schön alles sehr schön kartenspiel mäßig ey nein das ist peak luigi du trottel einmal da bitte gut dann nichts ähm hier hier ist das karo genau da kommen wir jetzt rein louis ich würde sagen das machen wir äh hallo ich würde da gerne rein ich habe euren schlüssel ja das liegt da liegt ein kuchen ach ja asoziale randale ja cool 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 mhm dann nicht ich hoffe dass luigi sich schon als nützlich erwiesen hat ah genau genau luigi kann da ja durch ich vergess nicht das was ich durch ganz enge lücken quetschen kann nur mut du hast keine angst davor haben ihn einzusetzen nö ich habe nur vergessen dass ich ihn habe so fluigi pack mal den schlüssel in dich rein äh oh ein juwelier fluigi nimm alles mit was du tragen kannst so ah ja an der kasse schließt man den laden auf natürlich wie bei jedem vernünftigen edeka oder zumindest die kasse oh oh nein das ist fluigi du nimmel so stirb stirb fluigi ist ein fucker der kann das hat eier aus stahl ok aus schleim aber ja sozusagen fluigi hallo ist krass und er räumt den juwelier aus aha traute sachen es ist kein diebstahl das hotel existiert ja nicht wirklich ok wir haben den herzschlüssel ja kurz an gibt mir noch die münze aber wird irgendwie rumgepackt ok unser schlüssel so damit kommen wir jetzt auf jeden Fall erstmal in den sexshop rein jetzt muss ich grad irgendwie an axelstein denken der einhunderttausende besucher von unserem sexshop ach ja das war lustig ich mag axelstein so durch der ok das sind also festling und tensilien ich verstehe das ist eine unfällige sexpuppe und das sind da hinten irgendwelche komischen roleplay kostüms ich verstehe schon ich verstehe schon ich verstehe schon ach ja wir schämen hier keine kings obwohl doch hey gib mir den schlüssel äh oh guck ... hallo irgendwo kann ich hier Ich klaue euch mal eure Einrichtung. Haha, ich klaue eure Ware. Ich bin nicht nur dabei, meine Freunde zu retten. Nein, ich bin auch auf dieses Tour. Hallo. So. Du noch. Geld. Oh, der ist auch Geld. Okay, ich würde sagen... Das ist jetzt nicht genau das, was wir wollten, aber es kommt dem schon sehr nah. Oh, ein Geist. Geist, der... Darf ich jetzt erstmal in Ruhe mein Geld einsammeln? Danke. So viel Zeit muss sein, sagen wir mal so. Wo kann ich hier noch irgendwas? Okay, da ist noch ein Schein. Da wackelt irgendwas. Fluigi passt da auf jeden Fall durch. Interessant. Und wo kommt er jetzt raus? Ah! Er hat das Rohr geputzt. Da war Geld drin. Cool. Okay. Und den Pik-Schlüssel hätten wir dann ja auch schon mal. Sehr schön. So. Ruigi zurück. Warum hole ich den einfach eigentlich zurück? Wir können ja... Äh... Hallo? Okay, hier kommen wir noch nicht durch. Okay, das ist ja auch Kreuz. Peak war oben, genau. Peak war hier. Ich lasse den Fluigi einfach schon mal hier raus. Okay, und durch dieses Loch kommen wir dann wahrscheinlich an den Kreuz laden. Sehr schön. Oh, hier waren wir schon. Genau, das ist ja auch Karo, das sehe ich ja jetzt erst. Peak war hier. Okay, Louis, bleib da mal. Bleib da mal stehen. Uh, fliegende Bälle. Oh, eine Bohu-Tasse. Ah, ich würde sagen. Die Bohu-Tasse gehört mir. Scheiß-Souvenirläden. So, Wienirläden ziehen Touristen an. Und wir in Schleswig-Holstein, wir hassen Touristen. Obwohl wir uns finanziell komplett von denen abhängig gemacht haben. War, glaube ich, nicht so der coolste Move von uns. Naja. Noch mehr Bohu-Fanartikel. Oh, sieht er die wütenden Tassen da? Cool. Okay, wenn Fluigi Herzen ansammelt, kriegt die Luigi. Interessant, interessant. Gibt es dann auch noch grüne Herzen für Fluigi oder stirbt er irgendwann oder heilt er sich, sobald er in seiner, ich nenne es mal, Kapsel ist. Oh. Ah, ja. Fluigi nicht hängen bleiben. Einmal durchs Geschäft. Ah, ja. Mäuse. Gold Mäuse. Episch. Okay, hier haben wir Geisterfiguren. Die nehme ich natürlich auch alle mit. Ich muss mich ja bereichern hier. So, und die Scheine, die da drin versteckt, sind ebenso. Da, 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 da. Okay, ich wollte schon sagen, das ist dumm, der Typ verträgt auch kein Wasser. Komm her, Scheine. Einmal alles her, was ihr habt. Da, die beiden auch sehr schön. Hier, die Tassen. Oma, das letzte. Ja. Oma, das letzte Tasse. Ihr Schweine. Okay, gefährdet den Barren. Ich wollte gerade fragen, hat er ja, er hat einen Schleimpümpel. Ist das ein Geldgeist? Stirb, stirb, stirb. Oh mein Gott, das ist ein Geldgeist. Ich wusste gar nicht, dass es die im Spiel auch gibt. Also ich wusste, dass es die in Luigis Menschen es gibt. Stirb, stirb, stirb. Stirb. So. Hallo. Ich gebe alles her, was der hat. Rollen wir mal den Schränk da leer. Er mit einem Donuts. Und der Torde. So. Ähm. Genau. Wo ist jetzt die Kasse? Hm. So. Komm her. Tada. So. Tja, ich würde sagen, wir sind jetzt schon mal richtig gut vorangekommen. Da, 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 da. Der Kreuzschlüssel. Huh. Eine fliegende Brille. Sind wir hier über das Hotel Transylvanien oder was? Hm. Oh. Oh. Okay. Oh, der zieht, der zieht ordentlich an. Der zieht an. Stirb. 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 Wir zerstören den Laden. Okay. So. Luigi. Äh, Luigi. So. Der Kleine ist down und die anderen auch. Gib mir die Münzen. So. Und an der Stelle würde ich dann tatsächlich schon mal den Part denten. Ich meine, wir sind gut vorangekommen. Wir haben viel Geld gefunden und so weiter und so fort. Äh, bringen wir das nur noch kurz zum Louis. Grüß dich, Louis. So. Da, 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 da. Und ich würde an der Stelle erstmal sagen, das war's dann auch schon wieder von diesem Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschau.